Bis zum 26.09. ist Bundestagswahl. Du als Erstwähler hast damit erstmals die Gelegenheit, die Zukunft deines Landes und deiner Heimat maßgeblich mitzubestimmen. Mit deiner Erststimme kannst du mitentscheiden, wer deine Region im Bundestag vertritt. Und wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Nina Warken, ich bin geheiratet, habe drei Kinder und wohne in Tauberbischofsheim. Und ich kandidiere für unsere gemeinsame Heimat Odenwald-Tauber. Was bekommst du, wenn du mich wählst? Dazu drei meiner Standpunkte. Erstens, schnelles und sicheres Internet und guten Handyempfang und zwar überall. Nicht, damit wir überall, wo wir wollen, lustige Katzenvideos anschauen können, sondern weil ein gutes, sicheres, schnelles Internet und guter Mobilfunkempfang zum Deutschland des 21. Jahrhunderts einfach dazugehört. Zweitens, gute Jobs, gute Ausbildung. Junge Menschen und Familien leben gerne hier, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Gute Schulen, gute Bildung, aber auch das Lebensumfeld mit einer guten Infrastruktur. Ich hänge mich rein, damit Fördergelder nicht nur in die Ballungsräume, sondern auch hier zu uns vor Ort kommen. Und zum Schluss Klimawandel. Wir müssen alles dafür tun, um unseren Planeten zu retten und klimaneutral zu werden. Und zwar so, dass alle mitmachen. Mit E-Autos, die man sich leisten kann, mit erneuerbaren Energien und mit Technologie, die der Umwelt nicht schadet, sondern sie schützt. Umwelt- und Klimaschutz und zwar vernünftig. Dafür setze ich mich ein. Und damit das alles Realität wird und keine Zukunftsmusik bleibt, brauche ich deine Unterstützung. Daher bitte ich um deine Erststimme für Nina Waken und als kleinen Tipp mit der Zweitstimme CDU, damit ich euch noch besser helfen und mich noch besser für euch einsetzen kann. Vielen Dank.